So, da müssen wir lang. Und damit herzlich willkommen. Da ist noch einer. Herzlich willkommen zurück bei Uncharted 2. Wir haben hier ein Riesenproblem mit diesen scheiß Viecher. Helena, bist du da? Ja. Ich bin hier, ich kann dich sehen. Verdammt, was tun die Typen da? Anscheinend reißen sie die Statuen ab, um den geheimen Eingang zu finden. Diese Schlaumeier stehen mittendrin. Wird schon schiefgehen. Okay. Bereit, wenn du's bist. Bis dann. Mir fehlt so ein bisschen das Pfeifen. War da nicht noch irgendwo einer? Manometer, Alter, weil er wieder nicht gesprungen ist, was er sollte. Cool. Das ist so zum Abbrechen hier, ey. Am liebsten würde ich jetzt noch mal neu anfangen, weil das einfach nur scheiße ist. In Ordnung. Das ist so zum Kotzen, ja, ey. Der springt einfach nicht dahin, wo er soll. Okay, der hat sich selbst in der Luft gejagt. Naja, war's heute. Ach, das ist Elena. Ja, wo kommt denn das Ding jetzt her? Elena, da ist eine scheiße... Äh... 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 Er sucht das Gebiet. Äh? Ich will mich verarschen. Er ist hier der beste Kletterer überhaupt. Und schafft es nicht hier hoch, oder was? Äh... Los, jetzt nicht! Jetzt geht es los. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das kann ich gar nicht sehen. Was ist das? 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 Genau. Was? Pass auf. Verdammter Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Gehen durch! Fallen lassen. Na los! Zurück! Mist. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mach ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab Kleine. Das überlebst du nicht. So. Und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Dreck? Ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sein. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens folgt, dann lasst eure Waffen fallen! Warum? Er schießt ihn! Tu es! Tretet sie weg! Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deine prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bring sie rein! Mist! Nimm die Finger weg! Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine! Das ist Blödsinn, Nate! Ja, lass dich bloß nicht darauf ein! Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen! Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfahren? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß! Hör auf mit dein Spielchen! Ich tu, was du willst! Das ist doch Blödsinn, Mensch! Er hätte ihn doch erschießen können! Warum erschießt denn nie irgend einer so einen Diktator? Komm runter! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Verholt rإ! Das ist auch ein Diktator! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh! Das war's für heute. Allmächtiger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich finde einen Weg und bring es in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft dies mal ja nächstes Schild. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich... Gib mir nur einen Grund, Drake. So Mistkerl! Ich wollte es nochmal ausprobieren. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Moment, warte. Papa hat eine Knarre. Dass er Sarewitz dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch. Wird er aber noch machen. Das ist nicht weit. Hey! Sorry. Ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Tut mir echt leid. Na toll. Er ist vorher... Er ist hängen geblieben. Ich hab springen gedrückt. Ach komm, hör doch mal auf jetzt. Sag doch nicht immer, dass ich hier von vorne anfangen muss. Der braucht doch jetzt wieder so lange, bis der hier drüben ist. Das ist doch alles ein Witz. Das ist doch ein Witz, oder? Hilf mir mal hoch, Kumpel. Kumpel. Geht doch. Oh, Vorsicht. Das ist nicht weit. Was? Was für ein Idiot, Alter. Wehe, du führst mich in ne Sackgasse. Hier, du's. Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch. Haben die jetzt hier die dummen Sprüche ausgepackt? Das ist nur... Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Bei dem Wasser, das muss doch rutschig sein. Wie haben die den Karren bloß da hinbekommen? Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Stonehenge, was? Nein. Hilf mir schieben. Na los, Mädchen. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Wo will er denn hin? Ich hab nach hinten gedrückt. Hoch mit dir. Darüber? Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Meine Hilfe kannst du vergessen. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir! Hilf mir! Tja, rennt da hoch, wisst ihr? Ich bin noch nicht mehr da. Okay, machen wir sie auf. Wie sagt man noch? Da ist noch ne Tür. Okay. Nud, Freund. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. An der Stelle war erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüly.